Und wie versprochen geht es schon wieder weiter mit Robocraft. Ich bin ja auf der Mission, ordentlich Kohle verdienen, damit ich endlich den hier auf das nächste Tierlevel bringen kann und damit ich die Panzerdinger einbauen kann. Das wäre richtig cool. Sag mal schnell, Kettenräderdings. Boah. Worte. Sie fehlen mir. Mann, oh. Nee, 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 Wenn ich letztes mal so grandios verkackt bin auf der Brücke. Was machst du? Ah, da irgendwo war einer. What? What? Ich bin weg hier. Heil nach vorne suchen. Das Beste würde ich machen können. So, hier auf der Außenbahn kommen eigentlich auch immer Gegner. Ich hoffe, die sind jetzt schon wegladiert worden, aber ich glaube eher. Irgendwie, dass wir wieder wegladiert werden. Und, geht ihr alle in den Rückwärtsklang? Ist das jetzt ein gutes Zeichen? Und wieder ein Rumgeeiere hier von mir. Was fehlt denn da noch? Ihr wollt mich doch verarschen. Äh. Danke. Hast. Juhu. Das rettet mir den Tag. Ja, das war kein... Das hat jetzt nicht geholfen. Ich glaube, wir müssen mal gewinnen. Jetzt hat es mir Zeit, dass ich weiter bastle. Oder ich verkaufe die Räder. Da krieg ich auch noch ein paar. Aber... Wer weiß, wer weiß. Ja, ich bleib hier wieder. Rechts außen. Geh weg. Ich muss Schlangenlinie vorfahren. Ganz wichtig. Wäre cool, wenn... Wo ich diese Dinger gerade so sehe. Wenn noch irgendwas reinkäme, so auf die Maps, so... Ähm. Was sonst noch Einfluss hätte aufs Team. So... Irgendwas, was Bonus gibt oder so. Oder... Woah. Oh. Oh. Bam. Okay, ist es. Ich werde ruhiger. Ach. Scheiße. Ja. Nein. Komm schon. Angriff. Bam. Nochmal gut getroffen. Geht alles wieder nicht auf mein Konto. Aber das ist eigentlich egal. Schön. Ein Verlust nur im Team. Und die haben nur noch vier. Das ist unsere Runde. Und wo wird da geschissen? Da wird noch geschossen, oder? Wo wird da geschissen? Ein ordentlichen Ding voll Reichtum. Ja. Das geht doch schon. Also, ich denke, wenn wir in der nächsten Runde nicht ganz scheiße spielen, haben wir auf jeden Fall. Ähm. die zweite Kette. Und dann bauen wir die mal ein in der nächsten Episode, denke ich mal. Und dann gucken wir mal, was wir sonst noch ändern können. Ich will unbedingt auf das nächste Tier Level. Damit ich wieder im Tech Tree was freischalten kann. Denn nur so geht's doch nach vorne, Leute. Nice map. I hate you. Ich fahr jetzt mal links wieder her. Fahr ich links her? Ne. Da bin ich alleine. Da hab ich Angst. Oder liegt das an dem Booster, dass ich nicht so toll fahr? Jetzt mal unabhängig von meinen Fahrkünsten. So. Soll ich mal ein Rennspiel spielen? Hätte ich eigentlich auch mal Lust drauf. Ich glaub, das würde schwierig werden. Kopfschöpfen. Auf! Du kackfelsen. Bam. Nein! Du kackfelsen. So, nicht. Schon wieder Kackfelsen. Und wo? So. So. Endlich. Was denn? Du Schwein! Nein. Oh. Nein. Mein altes Problem. Ich kann nicht fahren. Nein, ihr Schweinehunde. Wo seid ihr? Ich sehe euch nicht mal. Ich habe keinen Reifen mehr. Nein. Ah, der Feigling. Kommt, noch ein Stückchen an links. Nein, 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 das bringt mir was das. Nein! Ich und meinen Balken hier. Das sah aber nichts, oder? Obwohl, ich habe ja ausgeteilt ein bisschen. Ja, gut. Es reicht auf jeden Fall für die... Ne? Genau. Äh, movement, zack, Caterpillar-Trek. Confirme ich mal. So, da haben wir jetzt. Wir müssen jetzt hier drin sein. Wunderbar. Gut. Damit... Arbeiten wir... Denke ich mal. In der nächsten Episode. Da muss ich mal schauen... Wo habe ich denn die Steeringwheels? Wo packe ich die Caterpillars hin? Ach, das sehen wir in der nächsten Episode. Ihr könnt mir ja vielleicht mal drunter schreiben, wie ich die verbauen soll. Sollen die wegen der Rüstung nach vorne? Oder sollen die eher nach hinten? Die werden sich ja wohl nicht steuern lassen. Also die... Na? Ihr wisst schon. Aber das könnt ihr mir alles drunter schreiben. Und dann... Ja, baue ich die so ein, wie ihr das dann gerne hättet. Danke fürs Einschalten. Lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode Robocraft wieder. Macht's gut!